Jetzt mein Kill-Rekord und ja, dann hier Glanzleistung, ja, irgendwann, ich hab 8 Kills gemacht, Junge, und Remiro, ähm, also, schnell nicht jetzt einfach, naja, keine Ahnung, Markus auf jeden Fall, ich war bei Lazylands, äh, also, wie heißt das, Lazy Lake, so, ähm, und, hat mich da ver-, also, hat mir erstmal ne Waffe geholt, hatte ne grüne Tech und ne SMG, dann war da einer, die haben gefightet im Haus, der eine ist rausgegangen, hat sich da eingebaut, ich hab, also, der hat nur ne Wand gebaut, dass der den nicht abschießen kann, ich hab den abgestaubt, dann kam der andere, hab ich auch abgestaubt, kam noch einer, hatte nur noch 10 Leben, das sind alles so Noobs, ey, oh, Fortnite ist so geil geworden, na, können wir hier hin, ich muss noch den Ort entdecken, da, oder, oder wollen wir Lazy Lake? Keine Ahnung, musst du erstmal reinkommen, oder Steamy Stacks, ja, okay, dann gehen wir Lazy Lake. Gibt's da auch die Boote? Ja, da gibt's 2, 3 Boote. Ey, meine Runde eben grad war so krass, und ich hab mich nicht mal gefreut, weil, ist halt ganz normal, ich hab schon 3 Trophäen auf Gold, also oben rechts, wenn du in die Karte gehst, sind da ja so Trophäen, gell? Mhm. Da hab ich schon 3 Gold, einmal so ein Pokal, dann Zielgenauigkeit und tägliche Belohnung, oder was es ist. Ich geh hier runter, oder, ja, komm, lass hier hin gehen. Da? Hier, 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 unter mir. Ah, keine Ahnung, ich bin jetzt in diesen hier, oh Gott, meine Grafik, muss ich erstmal laden. Lol, bei mir hat sie schon geladen. Guck dir, das hat sie auch geladen. Was ist hier? Warum, wie so ein Ziel? Oh, Akbar! Lol, der Sound von der Granate hat schönes Mais an. Das ist ja gar nix. Wow. Hier liegt mir auch, handvoll sein und raus. bei mir gegner das bin ich über die nähe der über mir dann verstehen das sind wo es eine graue pump oben habe ich mich geht die drüben Komma raus ich bin grad beim neuschauen muss hier wird die tschüss da drinnen sind sie komm rein mit der tüte tüte warte mal auf mich kurz so sie kann das aufrufen komm mal her kannst du mir mal kurz pump money geben zwei drei stück bei mir hilft ihm hier abhieb 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 die blaue nee der habe ich mir genommen gold äh die dings oder hier du hast irgendwo mal ein sturmgewehr oder so gesehen ich habe nur eine pistole heil taktisch ist doch voll gut warum nimmst du die net die schießt so lange also sie braucht so lange schießt stimmt doch gar nicht normale auch okay bei mir hat sie eben voll lange schluss und jetzt sind gold so guck äh brauchst du mini ne ich hab 6 also ich hab 4 oh da wurde gerript ja ja den ich gekillte hab ihn hat gegeben kannst du die wand da wegschießen genau geht an habe er auf 4 leben digger du hast noch wenigstens äh ja 4 stück hast du ne ne doch 4 nein ich meine ob du einen gegner hast oh mein gott oh mein gott warte ich hab keinen ehl hab ihn warte gib mir mal ein paar mats warte brauchst du warte komm her auch trinkt hier ja und ich brauche jetzt ich habe nur noch 11 kriegen ein paar mit egal ich brauche ja egal wenn ich hole ich mir halt die metz vom gegner wenn du mir die nicht schon geklaut hast oder wenn du mir nicht schon ab irgendwie weggenommen den wo ich gekillt habe keine ahnung egal hier drin nicht nur richtige pampen was hier drin liegt eine richtige pampen wenn du willst ich habe die gold mir fehlen irgendwie eine sniper oder so kommt noch ein bisschen metzfarm die einweist ich die sind von oben es ist es ist es und zweitens kommt die sound der eine ist voll weit der hier der andere von unten erde das ist der roi der richtig weit ist oder erst haben wir die beiden nein fack soll ich laufen oder kann ich solche noch holen hielen kommt bitte ich nehme dann einfach diese dinge da dann teilen wir uns die ja aber das machen wir kommt da oben ist noch schnell ja habe ich so weit müssen wir gar nicht noch gott einmal hier ich lauf durch ich kann natürlich laufen schaffst du es trotzdem gott also wenn hier ein boot stehen würde das geil aber da steht ein boot da hinten hol das mal aber schuld das wenn man kann ja schon kann ich fahr ich fahr ich fahr ich fahr ich fahr hier alle hier sind lagerfeuer komm schnell her das packst du ja ich habe genug leben 65 ja du schau sie ja wenn du schon nicht fest junge was ist das für eine scheiße alles gut aufpassen wir es wie in dem du in die sound auch mit alter wird davon ist feit aber vorbei links vorbei auf den sehen und ich muss mir erst mal hier im verdunen da fährt einer es gibt es raketen noch mal rakete ich stecke raus stecker ich bin noch der eine ist aber weit Warte mal, ich komm nicht hin. Nein! Immer diese Scheiße. Was? Ich, äh, ja, ich komm, ja. Hast du schon bereit gemacht? Nee, ja. Verlaufe eigentlich immer. Aber die Gegner sind eigentlich easy zu killen, oder? Ich hab nur kein Mittag gegessen und deswegen bin ich ein bisschen, ja, ganz schlecht gekackt. Ach so, weil du so ein bisschen Hunger hast und so? Genau. Hey, was gibt's denn für neue Herausforderungen? Durchsuche drohen bei Sweetie Sands oder Retail Row. Entdecke Orientierungspunkte, muss ich noch drei Stück. Machst du ready? Also, ja, klar. Sweetie Sands, wo ist denn das? Gibt's auch Gruppenhilfe? Wenga! Lackbar! Und wie findest du Fortnite? Ist es besser geworden als vorher? Ich find's auch. Vor allem die Animationen sind besser geworden. Halt nur beim Bigness ist es dumm, wenn man den bringt. Man sieht halt gar keine Animation, nicht mal wieder den aufmacht. Ja, ja. Aber die Fische, der Schlümpfisch ist krass. Eben als ich den einen Gegner genockt hatte, hab ich erst mal genommen unter die Treppe getragen. Ja, man kann ja tragen. Das ist so geil. Guck mal, der Gegner kann halt Null dann wegkrameln wie und Faces. Ja. Was für nur Empfindlichkeit hast du? Ähm. Erstmal ein paar Snipes. Ich hab oben 6 und unten 6. Okay. Ja, also so Sweetie Sands. Ach, da Sweetie Sands. Ähm. Warte, wir müssen... Hier gibt's auch Boote da, warte da. Aber ich muss einfach nur noch... Ich muss gerade alles runter. Weil ich muss Orientierungspunkte entdecken. Okay, ich geh... Ich geh hier. Alles gut, ich komm danach einfach. Ja, ich... Okay. Keine Ahnung, ich geh raus von hier. Ah, nee, ich geh hier um. Ja, ich komm dann einfach. Ich komm einfach direkt anher, wenn's geht. Okay, hier seh ich schon mal ein Boot. Ich muss ja selbst erstmal looten. Aha! Das war's dann komplett. Asylum Sturmgewehr ist eigentlich ganz okay. Hier kann man einfach Waffen aufrüsten. Wo? Wo? Bei mir? Geht das auch? Ja. Man kann einfach Waffen von lila auf blau auf lila von... Also von lila auf grün und so machen. Wow. So viel aufrüsten. Äh, ne, ich mein von lila auf legendär oder von grau auf... Kostet das irgendwas? Was kostet das? Materials, Materialien. Leider. Nice blau pump. Und sechs. Was los? Äh, ich hab mir grad ein Boot geklautet. Junge, wie viele Dinger liegen hier noch unten. Ich wo, das heißt wohl, ich muss kommen, aber erstmal rüfte ich diese einen Dingsjau auf. Hätt ich ihn? Äh, werde ich ihn noch mal nicht? Alter, wirklich jetzt? Was? 50 von allem? 6. Ich brauche nur Hals. Verdammt, der Axt, normal. Ja, ich sehe nicht. Ich brauche nur noch ein bisschen Holz. Ja, ich hab neun Minis, Junge. Das mag man so, Herr Grob. Warte, was war? Allah. Ah, ah, tolle. Ha? Weiß ich mal. Warum? Weil die auch nicht schießen, fuck. Ja. Warte. So schnell, let's go, let's go, let's go. So, ich komme, komm direkt. So, jetzt bin ich schon. Ich muss ein Laufen. Und dann müssen wir fahren. Äh. Ich komme so schnell wie möglich. Kann ich dann wieder fahren? Mach Busti. Ah ja, klar kann ich fahren. Nein, ich werde da. Ich werde dauerhaft. Warum? Weil wir Gegner sind. Dann fahr weg. Ich komme hier nirgendwie hinterher. Ich kill die von oben, wenn es geht. guckt überhaupt jemand zu? Ich stelle mich hier. Ich habe mich hier unten. Alter, ich brauche deine Hilfe. Ja. Versuchen die. Ich muss mich gerade erst mal ein bisschen hier. Alter, wie weit bist du weggefahren? Da kann ich doch nie ein Leben hin. Ich komme zurückgefahren. Nee, ich laufe jetzt ganz ehrlich. Nur eklig da. Ja, du bist ja, ja. Gott, die da oben bauen. Oh mein Gott. Kann man im Moor schwimmen? Nee. Kommst du mit dem Boot her? Also, ja. Oh, hoffentlich gibt es hier. Irgendwo nur noch eine Pam. Oder sowas. Er fährt einfach über mich. Was für ein Ehrenmann. Hier ist noch ein Schildi. Oh Gott, ich kann den nicht ausfahren. Kann ich fahren? Ja, komm, ja. Okay, ich kann sie. Ist deine Pam? Nee. Ich habe eine blaue, aber nur. Warte. Warte. Hier ist noch. Hier ist ein Ganzes. Komm zurück. Das ist ja dein. Das was. Komm hier ist ein Ganzes. Boot? Ja. Wo? Dann fahr du mit dem? Nee, ich fahr bei dir gleich mit. Warte. Los! Die Ballern! Ich fahr schon in die richtige Richtung. Keine Sorge, wir kommen halt nur irgendwo anders an. Okay, ich fahr doch in die falsche Richtung. Das ist ja alles weg. Ich fahr mit dem Boot. Kann man mit dem? Kann man mit dem? Kann man? Einfach mit dem Boot überland gefahren. Ey! Kann ich den überhaupt täteln? Irgendwie nicht, ne? Alta. Kann ich den überhaupt täteln? der wixer trägt mich weg nein ich hatte ihn fast geholt macht bereit oder machst du bereit machen next match beginnt in 0 sekunden wie lange kannst du ungefähr zocken so lange wie ich will erst mal weil meine mutter ist noch nicht da und dein vater keine ahnung den jubens netten die gegner sind doch ein bisschen schwerer geworden nur ein bisschen mal dahin jetzt gehen wir hier hin weißt du wie das heißt nudel kann ich hab noch nicht alle worte erkundet ja ich auch noch nicht also der ort fehlt mir hier unten dass diese landschaft hier die landschaft das da das dort ist dort das dort ist dort ist da hinten noch irgendwas mit container heißt das wahrscheinlich nein rift die raft rift schafft ich habe in einschaft um können wir hier hin alter gehen hier noch viele ja wir können da unten hin ich komme hier nur die pump kann und ich bin der erste lerne pro eröffnet im match ich habe schon wieder mal scheißpistole auf waffe aufwischen hier ist auch zum teil diese büche sind so riesig alter ich habe gerade richtige leute ist einfach mini also zwei minis oder drei minis oder vier oder fünf oder sechs würde ich dir empfehlen was los abendlichen hat ihr mal den sound an bleibt man da stehen von der kanade so richtig eine falle die gehört mir jetzt haben wir beide so eine falle bekommen pass auf da oben ein gegner ja ich höre es jeden habe ich gerade eingesehen da weil wiederholbus chill 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 kommen wir hier rein bei mir gut also du brauchst auch leben warte gibt mir zwei minis warte hier jetzt habe ich auch so jetzt gehen wir aber jetzt müssen wir mal los langsam ja wohin ich will kippen jetzt Janine doch und nur weil nicht so näher da kann wenn man sich fahren gut einfach standen n das blöd dass die Autos entfernt wurden jedes einzelne ja jeder das Auto wir fahren dabei noch ein bisschen holz irgendwas passiert hier als nächstes wette ich oder da nimm am besten mal mad kids oder so in die hand oder das beste wäre wenn es einfach mal so ein taxi geben man muss es mit mehr zu zahlen dass man dahin gefahren wird überlebens mit baller kann man hier was ist hier für ein ort ort irgendein ort ach Gott was war das abgeschossen gegner echt her wo denn im wasser da von hinten von hinten von hinten irgendwie stupid bild ich möchte ihn erledigen jetzt reicht es mir allein von hinten ich merke es gut und von vorne alter von überall gottische stremung ey hat der mini ja geil die haben das Gras komm her brauchst du brauchst du hier jetzt schon komm rein komm 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 warte hier hier nimm oh fuck warte ich ich baue der was bringt das den gar nichts die wollen nur ein bisschen einen raus drücken los jetzt ist es haben so ein Problem jetzt hab ich ein Problem eine Wicks auf mich ah toll und mich beeindruckend mit allem sie sind zwei es gibt oh komm komm er hat gehit er hab ihn dann nur noch der ritter wurscht nein nein oh fuck oh ja komm komm hier mich hier mich hier mich schnell schnell ich hab kein egal egal ich nehme mich einfach die Geschichtskraft kann man ja okay dann nehme ich mir einen anderen Robert blau und ja um oh nein ich wollte mich verarschen so wie wie wo wo so so ich bin ich bin die Maschinen ist und nun komm jetzt komm alle fangen wie sie ich weiter etwa so schwer bewaffnete sondern so kleine einfach boote jetzt geht wo da drüben sind gegner also nein es müsste jeskis geben aber das sind gegner juckt net hab den 23er hit gegeben aber jetzt kann ich auch nichts mehr machen ich hab keinen heal ich hab keine muni mehr für dings ich hab jetzt einfach nur noch wie viele medkets hast du noch zwei ich hab auch noch genau zwei jetzt macht die sohn immer noch einen schaden hoffentlich gibt sie irgendwo so rote ach hilfe so ich muss mich hier komm mal einfach komm 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 los die sind direkt hinter uns ja juckt juckt oh fuck nein ernsthaft jetzt komm 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 wrong anhig ach mach bereit oder mhm oh verlassen oh ne muss auch verlassen digga was isst du Apple Apple bei oh ein Ding wurde mir gesendet Kommentar wer war das grüß mal Markus Gamer55 was bist du das Gamer55 wer ist Gamer55 ja auf jeden Fall Gruß geht raus Markus äh warte ich spiele mal kurz mal eine Runde alleine aber bleib in der Lobby also spiele mal kurz ein paar Runden alleine weil ich gehe jetzt mal was essen und kannst du auch in der Party bleiben okay ich gehe jetzt was essen ja okay okay ich gehe jetzt open und ich gehe jetzt in der mal kurz ich gehe jetzt in der sieh at ja Okay. Das war's für heute. Okay. Okay. bin wieder war ich hab dich die ganze Zeit gehört ähm ich bin gerade in der Runde deswegen mach ich ganz schnell weil mein Freund der heißt Mo2.0007 ich dreh den mal bei und kann ja hinterher joinen der spielt Spielwiese ich rufe den mal kurz an die Olde Show Mo1 Servus Mo1 Geht natürlich auch mit ran und los Hi ähm ich seh du spielst grad Fortnite ich join dich grad in der Runde ähm in welcher Lobby bist du? ich bin gar keine Lobby ok äh ok warum ne ich mein du bist in der Spielwiese gell? ja in welcher also wo bist du da? ach so eigentlich mach ich das jetzt nur um Sachen zu erkunden ich bin jetzt gar nicht ach so ähm weil ich wollte dich fragen ob du vielleicht also in welchem Team bist du dann kann ich da vielleicht reinkommen nein ich geh jetzt ganz raus ach warte mal kurz Colin ja ich hab grad einen Arschtraum und Dings bekommen ist der Felix bei dir? bleiben leise bleiben leise ne die ist Felix bei dir 9 ne also weil ich halt auch andere weil wir bei niemand des Wald im Hintergrund und gesprochen nein ich bin bei ich bin ganz oben ach so ja dann verlass ich kurz warte als spielwiese verlassen so kann man einer freund auch noch mitspielen der heißt marcus der ist meiner klasse er ist unbedingt egal die warte dann füge ich den mal hin zu dem sprachchat marcus ähm treten mal dem sprachchat bei ich trete schnell meinen freund bei dann kannst du hinterher join kann ich nur einladen ich bin da ich habe einen freund reinkommt warte ich in latin auch mal schnitt weil marcus ich habe mir beitreten und warte mal um so um ihn bis nur durchschuldigen in dem euro oder einladen k k ich bin und wollen über Sprachzettreden Mo Mo kann ich nicht ach so bist du beigetreten? ich hab keine Einladung bekommen hä lol ich hab mich schon eingeladen ah ne das soll ich nicht hä was jetzt bin ich bei dir geeinigt weil dann lad ich dich mal ein Mo Mo ja weil es geht irgendwie nicht der kann mich nur einladen kann nicht beitreten ähm warte wo bist'n du? da so einladen ah jetzt ähm wollen wir Kreativmodus alle also sag mal ja oder nicht hä? keine äh Markus hörst du was der sagt? nein ähm für was bist du Markus? Kreativmodus oder Spielwiese? keine Ahnung was was wir da machen äh die Gegend der Kunden erstmal ok dann gehen wir erstmal in Kreativmodus kann man äh so grünter grünter mhm 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 k概 mhm mhm los mhm 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 uyor jetzt möchte ich noch verlieren Murat und du denkst nicht da tut du glaubst du nicht dass ich ein Win mit 8 Kills meine erste Runde geholt habe glaubst du mir nicht oder lol in welche Dings gehen wir spiel wie so oder integrativ musst du können jetzt die Waffen aussuchen oder doch spielen aber ich wollte doch erst mal die Dings erkunden dass Star Wars kommen nicht mehr ich hab's geschafft noch weil du musst hier nicht einfach nur die Formpunkte rein in die Mitte von den Frauenpunkten gehen ich weiß und das ist kack na gut dann erkund ich auch was und deswegen ich weiß immer wo ein Boot steht immer man kann hier sogar drin schwimmen im Wasser ich sag's dir man ist auch mein Boot dann bring mich zum anderen Boot wusste die eigentlich dass du im Spiel diese erkunden kannst aber dann jetzt das nicht mehr hast wenn du in den Spiel diese alles erkunden hast du es aber dann nicht mehr ja man hat doch dann einen normalen Match oder man hat doch dann einen normalen Match ja im Team könnten wir es machen Menschen ach so weil ich wollte jetzt erst mal gucken wie gut ihr zwei gegeneinander fightet also ich seh ja ich verliere gegen PS4 Spiele hab ich kein Schwach doch hättest du eigentlich dann so erstmal schön ein Bootchen hier ab platzieren ich kann jetzt nicht mal mehr richtig spielen ich bin eigentlich kann jetzt mit dem neuen Modus hier kommt nicht mal mehr klar meine komplette Steuerung hat sich irgendwie verändert so bisschen mit heilen oder ohne mit heilen oder ohne das ist ziemlich hekel also wollen wir lieber kreativ Modus oder ich bin für kreativ Modus weil der kann man sich überhaupt wenigstens raussuchen was sagst du keine Ahnung ja ja ok dann geht mal zurück zum Zentrum ich bin schon im Zentrum ah hier ist meine Ding weil die ist gut hier meins seid ihr drinnen aber nichts kaputt machen ja eigentlich schon oder ich bin Beobachter oh warte mal dann müssen wir nochmal das Spiel beenden du hast mich verkehrt ich habe immer das erste bist du jetzt drin ja ja ich bin aber nicht sondern ich kann noch nicht gehen Leute mit natürlich ok wer mit 10.000 leben also macht das nicht viel aus das ist geil oder so ich muss jetzt erst mal kurz mein sprach steht irgendwann einfach eine übertragung aus